Servus Leute, willkommen zum ersten Race der Saison. Wir sind hier in Portugal Turuca zum ersten Portugal Cup. Wir haben jetzt noch zwei Wochen bis zum ersten großen Race in Lourdes und hier ist die perfekte Vorbereitung, weil schnelle Strecke, viele Steine, gute Erde, zwei Laps haben wir drin, jetzt kommt die dritte und ich nehme euch mal mit auf ein paar Banger Runs. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, we're in! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 10 ss Das Race ist vorbei, wir sind gerade hier wieder am zusammenpacken, Jonas Putka macht mal eine Ansage wie war's. Ja doch, war gut, wir konnten uns beide steigern, von der Quali zum Rennlauf, starkes Fahrerfeld, aber ich glaube die Ergebnisse sind okay. Der Winner von heute ist auf jeden Fall der Jonas, der ist so stark gefahren. Topsteigerung zum letzten Jahr, ich selber hatte ein bisschen Probleme das Wochenende mit dem Radl, einen kleinen technischen Defekt, aber den habe ich dann zum Rennlauf gefixt bekommen und insgesamt bin ich glaube ich Elite, was war ich? 28. und er ist 39. In einem wirklich starken Fahrerfeld, 10 Sekunden auf dem ersten Platz hier, was okay ist, was ein guter Start in die Saison ist und jetzt nochmal zwei Wochen hier weiter trainieren in Portugal und dann geht's nach Lourdes und ja, ich hoffe euch hat unser kleiner Einblick ins Rennen und in unser Training gefallen und in unsere Vorbereitung auf das Rennen und dann falls es euch taugt, dann schreibt in die Kommentare, bis denne, Peace out!